Schießt noch irgendwer anderes schießt in deiner Richtung, Westen? Ja, bisschen weiter weg, Karabieger. Die sind, glaube ich, auf dem Feld. Warte mal, wenn wir 4er und 8er haben. Einer ist in das Große gegangen. Auf dem Feld hier? Ja, irgendwo Richtung Westen wurde gerade geschossen. Da sind das ganz Fette unten links gegangen jetzt gerade übrigens. Vielleicht können wir die besser abfangen, wenn die jetzt keine Deckung hier haben. Wo sind die? Ah, nee, okay. Das ist von Südwesten. Auch an der Tankstelle oder so. Ja, die werden eh kommen, ne? Also, ich glaube, mich halt das lange auch sich warten lässt. Sollen wir die abfangen? Hier oben vom Wald? Die kommen, laufen bestimmt hier drüber. Wir bräuchten auf jeden Fall dann noch ein Auto. Warte mal. Nee, wobei, sind wir relativ nah dran, dann passt das. Ich sehe den anderen Typen übrigens. Mhm. Hier beide. Einer... Oh, wir haben richtig gut reagiert. Warte, ich kill den. Wie überlebt der denn, obwohl der Tod da unten ist? Gut reagiert, ey. Wir haben beide gleichzeitig geschossen. Ich habe gesehen, dass du dem Helm weggeschossen hast. Der andere ist fast tot. Wie kannst du den? Der war an dem orangenen Haus, der wollte seinen Kumpel gerade looten. Ach, echt? Der wollte den auch looten? Ja. Der heizt sich wahrscheinlich. Wir müssen aber auch auf die anderen aufpassen, ne? Die werden gleich kommen. Eben. Ich guck mal lieber nach hinten, ja? Ja. Okay. Ich glaub nicht, dass der Typ uns angreifen wird. Trotzdem sieht's doch Bescheid. Mhm. Ich glaub nicht, dass die gleich wieder von hinten kommen und uns töten. Haben Bock drauf jetzt? Ja, ich seh da keine Bewegung. Er wartet da jetzt bestimmt, dass wir daran wieder vorbeilaufen. Weißt du, weil sein Kollege tot ist? Denkt er sich jetzt, hey, ich fang die jetzt einfach ab. So Arschloch-Spielweise. Ja, die laufen da über die Straße. Ich seh die hier, Südwesten. Südwesten. Ja? Ja. Kommen die über unseren Feld? Die kommen in unsere Richtung, ja. So, wir warten, bis die hier sind. Die laufen jetzt zu den Häusern. In unserem Dorf? Ich glaube, warte, warte, warte. Die sind leicht verloren. Also irgendwie 210 Südwesten um den Dreh. Die werden hier auf jeden Fall vorbeikommen. Nur ist die Frage, ob die jetzt übers Feld laufen. Oder hier so in der Nähe bei uns dann lang kommen. Ja, ich guck mal, ich guck die Häuser. Ich seh die Häuser. Ich guck mal die Häuser an. Ja, die rennen zu den Häusern. Einer zumindest. Einen seh ich. Seh ich auch, ja. Lass erst schießen, wenn die hier in dieser Schneise sind, okay? Ja, wenn die so auf dem offenen Feld sind gleich. Ja, hier in der Kuhle meine ich, diese Schneise, die hier... Okay. Ah ja, da. Noch nicht schießen, noch nicht schießen. Nee, nee, nee. Geh noch in die Häuser und so. Einer läuft links jetzt bei dir. Ja. Relativ offen. Los, drauf schießen. Warte, warte, warte. Ah, ich bin extra noch losgelaufen. Habe ich einen besseren... Zwei Hits hat der eine. Der andere ist relativ offen. Ausgenommen. Und der andere ist hinten bei den Steinen. Ich habe den aber auch zweimal erwischt. Ja, den am Stein habe ich zweimal erwischt. Hast du den nicht auch zweimal erwischt? Ja, vorher. Ja, ich habe den zweimal auch erwischt bei einem 16. Aber auf Distanz, ne, habe ich den erwischt. Warte, ich sehe den. Ja, der ist tot. Okay. Sehr gut. Eben mal kurz looten. Ja. Fehlt nur noch der andere dann bei den Häusern. Wir können ja an der Küste ein bisschen langlaufen, oder? Für die so da anfangen. Ja, da... Ja, können wir machen. Mhm. Geht ja dann hoffentlich keiner mehr in diesen Scheiß... Freunde da... Campen. Diese Scheunen, weißt du? Wenn da immer einer drin kämpft, so... Das ist voll Kacke. Oh, der hat einen Karabiner. Sauber. Kann ich den haben? Willst du den abgeben, Vengard? Ich meine, ich habe die Leute gespottet, ne? Also... Wow, ich spottet. Ja. Schon offen? Das ist ein Einzelner gewesen, der Typ da. Ja. Oh, da kommt noch ein Motorrad. Jetzt sind drei Motorräder und uns vorbeigefahren. Krass. Oh, hier vorne. Oh, man, noch ein Motorrad. Einen haben wir auf jeden Fall ausgenockt. Nicht killen, noch nicht killen. Vielleicht kommt er zurück. Warte, sein Kollege kommt hier. Ich werfe schon mal eine Nade hin. Oh, okay. Shit, man. Hast du eine Nade geworfen? Nee, nee, nee. Also woanders hin, ja. Ich dachte, der pusht von links. Ja. So, ich habe noch ein paar Boosts für uns. Der hat aber nicht besonders viel. Nee. Der hat besser mit. Der hat Fünfer, Muni. Kann ich dir noch geben? Und der hat ein Cheekpad und noch ein Vierer für dich, falls du das brauchst. Ja. Ich gehe jetzt hierhin gleich. Warte. Hier bei mir. Nee, warte mal. Das war mein Vierer. Ein Achter hatte der. Sorry. Nee, Achter habe ich. Ich brauche nicht, danke. Cheekpad. Und warte mal. Was brauchtest du noch? Fünfer, genau. Hier. Ich glaube, hier vorn sind direkt welche. Müssen wir aufpassen. Wir waren relativ nah, Mann. Ja, warte, warte. Rechts. Wir gehen aufs Torwart. Warte, bitte. Lass mal nicht schießen. Mach der Zweite. Lass die mal lieber abhauen. Lass die abhauen. Lass uns buhen. Geh in die Fuckbarhütte rein. Hinter uns Auto. Achtung. Hier ist vor uns, ne? Vor uns. Komm, wir gehen fort zu den Häusern, die drin sind, die drin sind, oder? Oh, die werden die anderen noch looten. Guck mal. Wir holen die, wenn die die looten gehen. Ja, ja. Lass dich nicht sehen, lass dich nicht sehen. Ja, ja. Bin ich dabei. Haben die beide getötet? Glaube. Nee, nur einen. Nee, jetzt geht noch auf einen. Gleich drauf schießen, wenn wir können. Nein, nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Heil dich erstmal und so. Jetzt haben wir gerade die Zeit, damit wir gleich nicht mit Anschluss tot sind. Schau mal, wie die da stehen. Ja, warte, bis sie... Der andere ist noch nicht tot. Auf wen schießt du? Ich schieß auf den... Mir ist das egal. Jetzt der Weiße, Weiße, Weiße. Ich such den Weißen. Ja, Weiß. Beide tot. Oh mein Gott. Und der andere jetzt? Göttlich, der ist tot. Haben sie? Die haben den gekillt. Ja. Sauer. Was ein Timing. Alle tot. Alle tot. Alle tot. Alle tot. Alle tot. Nein, Mann. Ran, 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 ran. Ich gehe nicht zu den Küsten. Weißt du, wie viele Leute jetzt an der Küste hocken? Bestimmt, bei jedem fetten Stein ist ein Duo-Team. Was machst du denn? Läufst du da hoch? Ich wollte es gerade ausprobieren, ob man hier irgendwie hoch kann. Das ist ja voll witzig. Aber anscheinend nicht. Geht irgendwie nicht. Oh, Spieler von mir, westlich. Diese fetten Häuser. Westlich? Wo ich erst meinte... Ja, der hat mich, glaube ich, gesehen. Muss mal zurückpushen, ja? Ah nein, jetzt war der genau hinter dem Hügel, dass ich den... Ah, ich habe potatoed. War das nur einer oder zwei? Einer, ich sehe nur einen. Der ist aber genau vor mir hinter den Hügeln. Den sehe ich ja, den Typen. Der will hier links bei mir langpushen. Der potatoed den Schuss. Der ist relativ nah bei mir, ne? Hm, der ist direkt vor dir an dem Hügel. Der ist vor dir, vor dir, vor dir, vor dir direkt. Ja, ich habe schon gesehen. Ist tot. Das war schon knapp, ey. Wie der gesprungen ist. Euch potatoe, aber auch hart mit dem Sniper, ey. Ich hätte ihn jetzt schon dreimal killen können, ungefähr. Sollen wir uns hier das hohe Haus dann gleich nehmen? Was hier außen immer steht, das da, wo ich drauf zufahre? Ja. Versuchen wir das einfach mal zu cleanen und dann haben wir... Wir werden beschossen auf jeden Fall. Aber ich glaube, von Milter was. Oh, diese Jump-Mechanik. Alter, wie du jetzt... Weißt du, er kann über jeden Scheiß immer springen, ne? Könnte ich ins Fenster sein, dann kommt der nicht so eine Scheiß-Mauer hoch. Da liegt ganz viel Muni. Vorsicht, Vorsicht, Bait, vielleicht. Kein. Nicht immer gleich da stehen bleiben. Mit 9mm-Muni. Das sah irgendwie zu gut aus. Zu gut hingelegt, wenn ich ehrlich bin. Ja, nee, das war 9mm-Muni. Oh, jetzt noch ein Energy-Drink-Spoon. Den nehme ich mir mal. Vom Tod. Das wäre es. Okay, gehen wir mal aufs Dach. Hier kommt was. Ja. Wir haben einen Unfall gebaut. Alle tot, alle tot. Alle tot. Oh, ich sehe einen anderen Spieler auf einem Dach, glaube ich. Hat sich hingelegt. Ja, Richtung Süden hat der... Oh, hier sind zwei Leute in der Stadt auch noch. Hier sind richtig viele. Wir haben Karabiner, ne? Wie gesagt, ich kann einen one hiten. Hier sind richtig viele. Oh, da kommen auch noch zwei. Okay. Weg vom Dach am besten erstmal. War das auf dich? Warte. Also, zwei in der Stadt und einer da oben. Im roten Dach ist der, ne? Ja, genau. Mit der Schläge. Ja. Den gesehen. Oh, wir sind drin. Super. Und da kommen eben richtig viele noch aus der Richtung. Noch ein Auto? Ah? Ah, noch. Bitte, einer kommt. Oh, oh, oh. Richtung? Warte, da ist ein Gili oder so. Ich kann ihn gerade nicht sehen. 60. Der hat sich hingelegt. Ich kann ihn nicht sehen. Ich bin mir relativ sicher, dass da ein Gili liegt. 60, okay. Ja. Wenn du von hier guckst, so zum Stein an den Büschen, also diese hintere kleine Buschreihe, da liegt der. Also, ich kann ihn gerade nicht sehen. Der muss sowieso gleich vor, oder? Ja, ja, der müsste vorkommen. Ja, die Hütte ist nicht dran. Ich glaube, der hat den Gili, der Typ. Ne, der ist nicht an der Hütte. Der ist noch ein bisschen davor. Also, der muss nicht vor. Aber quasi genau über dieser Klippe hier, da liegt der im Gras. Hm. Wo so zwischen Gras und Gersten fällt. Du spottest den schon. Guck hier lieber auf der Seite. Ja, ich kann ihn nicht sehen. Ja, guck, du wollen das hin. Sind leider nicht in der Zone drinnen. Ja. Wir könnten aber die ganzen Leute abfangen, die dann hier rüber wollen. Hm. Das sind Schüsse? Aus deiner Richtung irgendwo? Vom Feld sogar. Ja, ich glaube, das ist der Typ, der da irgendwo liegt. Aber nee, ich kann den nicht sehen. Das ist, ich glaube, hinter so einer Ding jetzt noch. Wie krass, Mann. Wie krass der getarnt ist. Ich weiß genau, wo der ist, aber ich sehe den nicht. Da oben ist einer. Der ist hinter dem Hügel, glaube ich. Hab einen gekillt noch am Hügel. Ist tot. Der ist hinter einem Hügel auf jeden Fall. Ja. Deswegen können wir den nicht sehen. Naja. Genau die Boost. Wer weiß jetzt, dass wir hier sind. Ich habe da oben einen am Hügel im Wald gekillt. Die Boost nicht vergessen. Bin auch voll geboostet. Ich springe vielleicht gleich übers Dach und versuche den noch irgendwie zu picken. Ja, der wird noch richtig Hardcover haben. Hey, Nana. Nana, das ist nah. Ja, der rennt hinten lang. Vielen Dank erstmal dafür. Wieso habe ich nicht gated? Einer ist gated? Ja. Auch gated. Ausgenockt. Wo ist sein Mate? Der Gilly lennt hinten ran. Hinten am Wald. Die Zone kommt. Wir müssen gleich los. Ja, ja. Ich habe ihn aber auch gehittet. Spieler hier vor uns. Kriegen wir mal ein Herz für Nana. Ja, hinten an der Zone. Den Gilly sehe ich. Den sehe ich, ja. Eingekillt, der hinter uns ist. Gilly ist tot. Gilly ist tot. Schön. Geh vor. Einen ausgenockt. Oben am Baum. Schön, schön, schön. Der andere Mate rennt hoch. Der ist tot. Oben am Stein. Heuballen. Heuballen. Sehen. Sehen sie den. Warte. Die pushen vor, beide. Wir brauchen Deckung. Das sind die letzten beiden Spoon. Ja, ja. Das sind die letzten beiden. Ich komme zu dir. Puste mich erstmal voll. Wir sind im Nachteil. Ja. Oh, wir müssen vor. Ja. Ich könnte, ich könnte peaken. Sind die noch an dem Stein dran? Dankeschön, neiner. Einer ist links vom Stein lang gelaufen. Einer noch am Stein, einer ist ein bisschen links. Okay. Ja, die Zone ist scheiße für uns. Hast du Smokes? Ja, eine. Eine Smoke habe ich. Warte, wie läuft der? Er ist nach links gelaufen. Aha. Ja, wir müssen uns bewegen. Irgendwie 40 Sekunden noch. Warte mal. Könnten wir zumindest nach rechts irgendwie, dass wir den Hügel mitnehmen. Weißt du? Das ist bestimmt ganz gut. Warte, ich sehe einen. Warte ganz kurz. Ich sehe ihn leider nicht. Wo genau? Ah, an dem Baum dran, oder? Der hat vor den Heuballen geschossen. Ja. Okay, renn, renn, Wengert. Ich gebe dir Unterdrückungsfeuer. Einen habe ich einmal getroffen. Bist du vor? Mhm. Wow, gutes Smoke, Renate. Auch der Smoke liegt wieder im Licht. Ich gebe Unterdrückungsfeuer hier. Ich habe einen ausgenockt. Sehr gut. Ich bin aber auch ausgenockt. Ja, ja, ich sehe es. Ich bin in der Smoke. Einer von denen ist down. Ja, versuch. Okay, ich glaube, die wollen sich heilen. Ja. Mate ist tot von denen. Tot, tot, tot. Ja. Eins gegen eins. Ja. Kümmer dich nicht um mich, Mann. Das schaffe ich nicht mehr. Ich gucke mal, ob ich den spotten kann. Ja, ich sehe den, ja. Ich sehe den Baum. Nee, ist keine Deckung mehr. Du kannst mich nicht holen. Ich habe Deckung, ich habe Deckung. Ja, ja. Doch, ich kann nicht noch holen. Definitiv. Der kommt vor, der kommt vor. Ja. Der schießt mich ab, der schießt mich jetzt ab. Jetzt kannst du ihn killen, der schießt auf mich. Der ist genau hinter dem Baum. Kann ich nicht killen. Ah, der hat auf mich gezielt. Der wirft gleich eine Nate, denke ich mal. Ja. Ja, ich habe einen Karabiner sonst. Naja, da kann ich nicht viel machen jetzt mit dem Kara. Wirf eine Nate. Komm, wirf eine Nate. Wirf eine Nate. Wenn du jetzt eine Nate wirfst. Ja, der wirft eine. Nicht raus. Oh, ich bin fern. Ho, ho, ho. Ho, ho. Bleib ganz ruhig. Ah. Bleib ganz ruhig, das hast du. Ja, ja, wir schaffen das schon. Der hat auch gut gegessen, also. Er war heute bei mir mit den Steinen. Ganz ruhig, bleib, Zwunen. Zwunen. Ganz ruhig. Pass auf deinen Hinterbaum. Ha, Zwunen. Ha, ha, ha. Okay, warte mal. Jetzt hat er sich gezeigt. Jetzt hättest du ihn trennen können. Wo ist der 360 hier? Du musst gleich vor, ne? Er hat wieder eine Nate geworfen. Ja. Wie viele Kills hast du? Acht. Ich habe neun. Sauber. Oh, schicke Runny hier, muss ich sagen. Gefällt mir. Oh, the jungle VIP. I reached the top and had to stop and that's what's bothering me.